Wir sind immer für sie da Ihre Better Life GmbH Und beißt die erste Dame an Und fragt sie, wie der Kleine heißt Ey, dann bloß nicht Vali oder sowas Ey, seien sie einfallsreich Einen ausgeflippten Namen So wie Martin Luther King Was nie das erste interessanter macht Und zweitens super klingt Ja, schinden sie Eindruck Wenn sie Kabelhilfe sind Dann sagen sie lieber etwa sowas wie Och, ich arbeite beim Film Apropos Filme bei Frauen mit Actionkino Nur was für Kleine Genau, schwärmen sie am besten für französische Schwarz-Weiß-Filme Sagen sie, ohne ihren Yoga-Lehrer wären sie verloren Und seit dem Wechsel zum Buddhismus begann ihr Leben von vorn Denn sowas zieht enorm Ja, denn das hat Niveau Und kommt tausendmal besser an als ein Klaps auf dem Po Erfähnen sie dann noch im Gespräch Sie wären kein Mann für eine Nacht Und wir garantieren sie Sie haben die Kleine im Sack Und stellen sie später raus Sie sind ne Niete im Bett Keine Sorge, unsere Leitungen sind immer besetzt Wir sind immer für sie da 24 Stunden am Tag Wir sind immer für sie da Ihre Better Life GmbH Wir sind immer für sie da Geilfen sie zum Telefonapparat Wir sind immer für sie da Was immer es ist, wir machen es klar Keine Sorge, wir sind für sie da Ihre Better Life GmbH Sie haben es satt, nur die kleine Nummer im Büro zu sein Die anderen haben die guten Jobs, sie leisten frohe Arbeit Ihr Vorgesetzter hältst sie rum, als wären sie vogelfrei Und ihr Gehalt ist nicht mehr gestiegen seit der Probezeit Seien sie kein Trottel, der sich sowas noch länger bieten lässt Machen sie den Kurs bei uns und morgen sind sie der Chef Klar, das ist nicht in der Stunde zu schaffen Aber in acht Tagen, wenn sie folgende Punkte beachten Ein Macher muss jung und dynamisch aussehen Also tragen sie Toupet, wenn ihnen die Haare ausgehen Zweitens sind es auf Kleinigkeiten, die im Beruf entscheiden Und deshalb sollten sie Chaos am Arbeitsplatz vermeiden Merke, ihr Schreibtisch spiegelt ihre innere Haltung Zumindest glauben, dass die Personalchefs sind der Verwaltung Im nächsten Schritt sprechen sie mir laut und deutlich nach Ich bin der Beste und wiederholen das 90 Mal Ich bin der Beste, denn keiner glaubt an sie, solange sie selbst an sich zweifeln Kleiner Tipp, mit Koks kann man da schnell was erreichen Als nächstes teilen wir an ihrem Sprachgebrauch Denn ihr Future-Denken zeichnet den Pacemaker des Departments aus Sie canceln alle Treffen und gehen bloß noch in Meetings Statt der Grundschreiben schicken sie Memos und Briefings Nennen sich Service Manager im Chief Executive Office Und sie werden sehen, dass Kaffee kochen doch ein super Job ist Oder fehlt ihnen gar der akademische Grad? Denn vom Normau kommen sie auch ganz oben auf jeden Fall klar Zahlen sie deshalb nicht der russischen Behörde viel Geld Drucken sie wie Siegenkarten und befördern sich selbst Sie sehen, es gibt immer ne Lösung, ganz egal was passiert Nach dem Kurs bei uns sind sie für alles qualifiziert Wir sind immer für Sie da 24 Stunden am Tag Wir sind immer für Sie da Ihre Beta-Life GmbH Wir sind immer für Sie da Greifen die zum Telefonapparat Wir sind immer für Sie da Was immer es ist, wir machen es klar Wir sind immer für Sie da